Musik Ich bin Philipp Wassenberg, ich bin 16 Jahre alt. Meine Sportart ist Leichtathletik und mein Verein ist der TSV Bayernhof 4 Leverkusen. Und ich bin das Top-Talent des Monats. Die Leidenschaft für den Weitsprung habe ich bereits mit neun Jahren entdeckt, als ich hier beim TSV Bayern Leverkusen angefangen habe. Ich hatte schon von Anfang an Vorbilder wie Heinrich Popoff, der selbst auch Weitsprung gemacht hat und diese Sportart hat mich von Anfang an inspiriert. Ich trainiere in Leverkusen vier bis fünfmal die Woche, pro Training zwei Stunden, das heißt in der Woche ungefähr zehn Stunden. Sport bedeutet für mich sehr viel, vor allem auch aufgrund meiner Krebserkrankung, die ich mit acht Jahren hatte. Durch den Sport bin ich wieder aktiv geworden und habe auch wieder die Lust am Leben bekommen. Der Sport hat mich auf jeden Fall wieder zurück ins Leben geholt. Musik Fisch Fisch Art